Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zum JFD Brokers MetaTrader 4 und 5 Video Tutorial. Mein Name ist Markus Klebe, ich bin Trader und Analyst für JFD Brokers und ich habe die große Ehre, dich heute durch dieses Tutorial führen zu dürfen. Heute mit dem Thema in diesem Video Grundeinstellungen des MetaTraders. Wenn du jetzt hier wie im letzten Video beschrieben im Prinzip den Installationsvorgang abgeschlossen hast, den MetaTrader auf deinem Rechner installiert hast, dann im Endeffekt auch die Demo-Variante oder die Real-Konto-Variante hier eingestellt hast, landest du erstmal in den Grundeinstellungen hier des MetaTraders. In der Regel ist hier unten in dieser Taskleiste sind hier 3, 4 Märkte, 5 Märkte grundvoreingestellt. Das ist jetzt bei mir natürlich schon etwas mehr, weil ich viele, viele Märkte mehr hier in Beobachtung habe, weil ich in den Research-Arbeiten natürlich mit vielen, vielen Märkten arbeite. Daher sind von meiner Seite hier in dieser Reiterleiste sehr, sehr viele Märkte drin. Grundsätzlich, wenn man den MetaTrader neu startet, sind das hier unten nur 3, 4 oder 5 Märkte. Dann hast du hier auch die Grundeinstellungen von JFD, die hier erstmal grundlegend eingestellt sind. Du hast hier zum Beispiel die Stochastik als Indikator mit drin. Du hast hier dann eben 2 Moving Averages im Chart mit drin. Du hast die Chartfarben Schwarz und Blau, beziehungsweise Blau-Weiß und Schwarz. Schwarz-Blau mit blauen Umrandungen und weißem Hintergrund für aufwärtsgehende Kerzen, Schwarz für abwärtsgehende Kerzen. Du hast hier die Grundeinstellung als Candlestick, also als Kerzenschart, was meiner Meinung nach auch die beste Chartdarstellung ist. Du kannst hier oben in dieser Leiste dann auch zwischen einem Balkenschart, einem Candlestick-Chart und einem Linienchart wechseln. Aber ich würde hier immer empfehlen, den Kerzenschart, den sogenannten Candlestick-Chart zu nutzen. Du hast dann hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel hier zwischen einem 1-Minuten-Chart, M1, dann hier auf den M5 klicken. Dann hast du einen 5-Minuten-Chart, M15, dann hast du einen 15-Minuten-Chart. M30 ist dann 30 Minuten, H1 ist eine Stunde, H4 ist 4 Stunden, D1 ist einen Tag, W1 eine Woche und MN ist dann der Monatschart. Also du kannst hier relativ zügig zwischen den Zeiteinheiten wechseln. Wenn du jetzt hier in den Einstellungen etwas mehr sehen möchtest, hast du die Möglichkeit, hier zum Beispiel auf Minus zu klicken. Dann verändert sich der Zoom-Modus sozusagen des Charts immer wieder auf Minus klicken und du siehst immer mehr, immer mehr im Chart. Der Chart schiebt sich immer weiter zusammen und wenn du etwas detaillierter drauf gucken möchtest, dann klickst du einfach hier oben auf den Plus-Button und dann schiebt sich das Chartbild wieder reinzoomend sozusagen. Du hast auch die Möglichkeit, das Ganze hier unten in dieser Zeit-Anzeigen-Leiste zu machen. Klicke hierzu einfach mit der Maustaste in dieses Feld, halte die linke Maustaste gedrückt und schiebe die Maus nach rechts oder links. Und du kannst damit dann eben auch den Chart hin und her zoomen. Wenn du in der oberen und unteren Hälfte des oder oberen und unteren Bereiches des Chartes etwas mehr Luft haben möchtest, dann nimmst du die rechte Leiste, nimmst die Maus hier rein, klickst auch wieder, hältst auch wieder die linke Maustaste gedrückt, ziehst diese dann nach oben oder unten die Maus und der Chart zieht sich im Prinzip in der Höhe hoch und runter. Und manchmal ist es so, dass der Chart zum Beispiel so dargestellt ist, was natürlich optisch eigentlich nicht so schön ist, weil man eigentlich gar nicht so richtig was erkennt. Und dann kann man hier rechts einfach in dieser Leiste einen Doppelklick mit der linken Maustaste machen und dann springt automatisch der Chart wieder in die schöne Darstellung, dass im Prinzip oben und unten noch so ein bisschen Luft ist, aber der komplette Chart im Prinzip dargestellt ist. Das ist erstmal die Grundfunktion. Du hast zusätzlich noch die Möglichkeit, hier oben zum Beispiel dann vertikale Linien einzuzeichnen, horizontale Linien, was dann Widerstände und Unterstützungen zum Beispiel sein könnten, dann Trendlinien, Fibonaccis, Texte, Formen. Du hast hier diverse Möglichkeiten, eben im Chart entsprechend dir was einzuzeichnen, was dir gegebenenfalls Informationen bietet. Und du hast natürlich die Möglichkeit, das möchte ich jetzt erstmal eingangs zeigen, hier den Chart farblich zu verändern, dir deine eigene Grundeinstellung herzustellen, dein eigenes Profil herzustellen, um es vielleicht auch optisch etwas besser darzustellen. Ich persönlich habe zum Beispiel eben Aufwärtskerzen grün, Abwärtskerzen rot. Das kennt man vielleicht auch aus vielen Büchern oder aus dem TV, aus vielen Videos auf YouTube, dass viele ihre Charts mit Aufwärtskerzen grün und Abwärtskerzen rot dargestellt haben. Das ist im Endeffekt meiner Meinung nach zwar eine Gewohnheitssache, aber grün für Aufwärts, rot für Abwärts ist relativ gängig und somit möchte ich dir jetzt zeigen, wie man das grundlegend einstellt, wie man hier die Chart-Einstellung einstellt. Also ich hatte ja schon erwähnt eingangs, dass hier wahrscheinlich eben in den Grundeinstellungen gar nicht so viele Reiter sind, dass ich persönlich hier eine ganze Menge mehr Reiter habe. Wir wählen jetzt erstmal den Euro-US-Dollar, also diesen ersten Reiter. Man könnte auch auf diesen zweiten Reiter klicken, dann kommt hier eben nochmals der Euro-US-Dollar schon in einer anderen farblichen Darstellung. Dann als nächstes kommt zum Beispiel der britische Fund auch in einer farblich anderen Darstellung. Das ist jetzt zum Beispiel die Darstellung, so wie ich es in der Regel nutze. Aufwärtskerzen grün, Abwärtskerzen rot, dann hier unten die ATR mit drin und das Volumen hier mit eingeblendet. Wir gehen zurück zum Euro-US-Dollar und ich möchte dir jetzt hier zeigen, wie du die Farben grundlegend ändern kannst. Und zwar klickst du einfach im Chart auf Eigenschaften. Dann kommt hier so ein Feld, wo eben diverse Farben zu sehen sind und man sieht hier so ein Vorschaubild des Charts. Und wir sehen ja da Abwärtskerzen schwarz, Aufwärtskerzen mit diesem blau hinterlegten Rand. Und dann siehst du hier auch schon den Hintergrund, der ist hier aktuell weiß. Das sieht man, den kann man farblich ändern. Man kann den Vordergrund ändern. Das ist dann hier rechts und hier unten zum Beispiel diese Zahlen vom Datum, von der Uhrzeit, rechts hier von den Kursen. Das ist im Prinzip der Vordergrund. Dann kann man hier noch eine Gitterfarbe festlegen, werde ich auch gleich zeigen. Balken hoch, Kerzen runter, Liniengraf, wie eben dieser Linienchart dargestellt werden soll, wie das Volumen dargestellt werden soll. Und die Ask- und Stop-Levels entsprechend dann im Markt. Das ist erstmal nicht so wichtig. Das werden wir uns dann im nächsten Video nochmal genauer anschauen. Aber grundlegend ändern wir jetzt erstmal hier den Hintergrund, lassen wir weiß, den Vordergrund lassen wir schwarz. Die Gitterlinie mache ich hier mal auf ein ganz dezentes Grau. Ja, dann sieht man schon hier, dass eben eine Gitterlinie im Chart hinterlegt ist. Das fällt dann etwas leichter, rechts diese Kurse abzulesen, wo sich denn der Markt aktuell befindet. Das ist optisch immer so ein bisschen besser dargestellt. Und dafür würde ich eben aber einen leichten, zum Beispiel leichten Grauton nutzen, dass dieses Gitter nicht zu offensichtlich eben einem ins Auge fällt. Dann eben Balken hoch, Balken runter. Hier unterscheidet sich das nochmal zwischen dem Rand. Wir haben ja hier den Randblau und den Körper an sich weiß in aufwärts gehenden Kerzen. Und dann seht ihr hier, dass der Balken hoch, dieser Rand blau ist. Und Kerzen hoch ist im Prinzip der Körper, der ist aktuell noch weiß. Da kann man hier zum Beispiel dann eben auch einen Grauton nutzen für den Rand und für den Innenraum dann zum Beispiel ein Grün. Das gleiche wählt man dann hier für Kerzen entsprechend runter. Auch einen Grauton für den Rand und ein Rot im Endeffekt für Kerzen runter. Und dann sieht man schon links, dass der Chart jetzt anders dargestellt ist, als es hier links im Prinzip der Fall ist. Also die runtergehenden Kerzen sind jetzt rot, die aufwärtsgehenden Kerzen sind grün. Wir haben diese Gitternetzlinie hier festgelegt. Wir haben das Volumen aktuell noch blau. Das kann man natürlich hier auch nochmal anders darstellen. Ich lasse es mal, belasse es mal grundlegend auf blau. Und dann geht man hier auf Bestätigen. Zack. Und dann haben wir hier erstmal grundlegend eine andere Farbdarstellung. Wir gehen noch einmal kurz zurück, weil das Gitter, diese Gitternetzlinien, die sind ja jetzt aktuell trotzdem noch nicht dargestellt. Dafür gehen wir nochmals auf Eigenschaften. Wir sind wieder zurück in diesem Farbfeld hier. Gehen hier oben auf Allgemein. Und dann kann man hier noch diverse Dinge einstellen. Man kann auch hier zwischen Balken-Chart und Linien-Chart wechseln. Und man hat hier die Möglichkeit, zum einen das Volumen sich anzeigen zu lassen im Chart und Gitter anzeigen lassen. Diese zwei Kreuze machen wir hier mal. Klicken wiederum auf OK und sehen dann, dass dieses Gitter eingeblendet ist und dass hier unten schon das Volumen im Chart eingeblendet ist. Man kann zusätzlich das Volumen auch als Indikator darstellen. Ich persönlich wähle dann aber immer diese Darstellung. Das ist ja im Prinzip egal, ob jetzt hier nochmal ein Strich dazwischen ist und das Volumen hier unten dargestellt ist oder quasi direkt im Chart das Volumen hier dargestellt ist. Der eine oder andere braucht es. Der eine oder andere braucht es auch nicht. Das ist ja nicht zwingend notwendig, dass man sich das Volumen anzeigen lässt. Ich persönlich nutze es und stelle es somit auch drauf ein. Somit haben wir jetzt erstmal auch hier schon eine farbliche Darstellung für uns festgelegt. Das ist das, was ich so ganz gerne nutze, erstmal von den Farben her. Jetzt hat man hier die Möglichkeit, diese Einstellung sich abzuspeichern. Vorab aber, da ich persönlich zum Beispiel wenig mit Moving Averages arbeite, auch wenig mit der Stochastik arbeite, möchte ich jetzt hier diese Indikatoren erstmal noch raus haben und gegebenenfalls einen neuen Indikator einfügen. Und dazu klickt man einfach hier oben auf Chartfunktionen. Dann kommt man hier auf Indikatoren und dann hat man hier die Anzeige, welche Indikatoren gerade eingeblendet sind. Das sind zwei Moving Averages, einmal dieser rote und einmal dieser graue und einmal einen Stochastik Indikator. Das hier unten. Das sind ja so drei Indikatoren und wenn man diese jetzt raus haben möchte, klickt man hier einfach drauf, dass das hinterlegt ist. Löscht diesen. Wer diese drin behalten möchte und nur bearbeiten möchte, vielleicht eine andere Periode oder ähnlich, der kann dann hier auf Moving Average klicken. Das ist blau hinterlegt. Das geht auf Editieren und hat jetzt hier die Möglichkeit, dann zum Beispiel die Periode, die aktuell jetzt hier für den roten Strich im Chart, für diesen roten Moving Average auf 7 eingestellt ist, kann man jetzt zum Beispiel auf 25 machen. Das ist dann ein etwas weiterer, ein etwas größerer Moving Average. Könnt ihr hier dann noch exponentiell oder simple oder smoothed einstellen. Denn exponentiell ist jetzt in diesem Fall eingestellt und klickt jetzt wieder auf OK und dann sieht man, dass sich das hier verändert hat, dass dieser Moving Average etwas weiter wird. Also man kann die offenen Indikatoren hier in diesem Feld bearbeiten. Ich persönlich möchte sie aber alle erst mal raus haben, klicke somit erneut auf Löschen, dann ist der Moving Average raus, klicke auf Stochastic Indicator ebenfalls auf Löschen, dann ist jetzt hier schon mal nichts mehr dargestellt. Und wenn wir auf Schließen gehen, dann ist das Feld, dann ist hier dieses Bild erst mal bereinigt von Indikatoren. Wir haben ein reines Chartbild. Ich persönlich nutze ja ganz gerne die ATR, um eben die Schwankungen des Marktes abzulesen, hier dann eben auch dies zu nutzen, um Ziele und Stops für das Trading festzulegen. Dafür gehst du zum Beispiel, zum einen könnte man hier draufklicken auf Indikatoren Liste, da kann man draufklicken und sich dann die Average True Range raussuchen. Die ist jetzt hier in diesem Fall schon gleich ganz oben dargestellt. Man könnte sich hier aber auch mal durchforsten, dann gibt es Tendenzindikatoren, Oszillatoren, Volumenindikatoren, von Bill Williams Indikatoren und dann nochmal benutzerdefinierte Indikatoren. Also eine ganze Reihe von Möglichkeiten an Indikatoren. Ich persönlich möchte ganz gerne diese Average True Range einblenden. Das geht dann zum einen hier, indem man auf dieses Feld klickt oder auf Einfügen, Indikatoren und dann kommt dieses gleiche Feld, wie wir es eben hatten, wenn wir auf das grüne Plus dort geklickt haben, klicken jetzt hier einfach auf Average True Range. Dann kommt nochmal ein Einstellungsfenster. Hier kann man die Periode einstellen. 14 ist hier immer schon ganz gut. Man kann hier den Stil einstellen, speziell die Farbe belassen wir mal auf Blau. Man kann hier dann noch die Intensität des Striches darstellen. Man kann diesen relativ dick machen. Man könnte auch theoretisch hier noch gestrichelte Linie oder gepunktete Linie oder was auch immer. Das lassen wir mal in den Standardeinstellungen. Können hier vielleicht mal den Strich etwas breiter machen. Blau als Standardfarbe und man klickt einfach auf OK und schwuppdiwupp hat man einen Indikator. Hier in das Feld im Prinzip eingefügt und das ist dann im Prinzip erst mal als Indikator da. Man klickt dann hier einfach auf den Strich, kann dann hier die Höhe des Indikators nur einstellen. Ich brauche den nicht so hoch, möchte das ja nur als kleine Zusatzinformationen hier unten dargestellt haben. Das Hauptfeld sollte hier immer der Indikator der Markt entsprechend sein. Jetzt hat man hier im Endeffekt sich die Grundeinstellung oder erst mal eine einfache Grundeinstellung im Prinzip zurecht gebastelt. Jetzt kann man sich das als Vorlage speichern, um es dann später auf anderen Shards, die wir gleich öffnen werden, dann anzuwenden. Dafür klickt man einfach wieder in dem Chart auf die rechte Maustaste. Dann kommt hier Vorlagen und dann kann man hier zum Beispiel Vorlagen speichern machen. Da klickt man einfach drauf. Dann kommt hier so ein Feld und jetzt gibt man dem Kind einfach einen Namen, zum Beispiel JFD Test Layout. Und dann klickt man einfach auf Speichern und jetzt hat man diese Vorlage gespeichert. Jetzt öffnen wir uns ein neues Chartfenster. Dann wird wieder die Standardeinstellung von JFD kommen und wir können dann relativ einfach diese schon jetzt festgelegte Vorlage auf das neue Chartfenster anpassen. Und dann braucht man nicht für jeden Chart diese Grundeinstellungen neu machen. Um jetzt ein neues Chartfenster zu öffnen, klickst du entweder auch hier wieder auf dieses neues Chart erstellen, Icon, was jetzt hier links ist. Oder du eröffnest dir einfach die Marktübersicht. Das ist dieses kleine Feld hier. Da raufklicken und dann bekommst du links eine Liste mit sehr, sehr vielen bunten Feldern. Und man sieht, dass hier anfänglich erstmal diverse Währungspaare aufgelistet sind. Dann kommt hier zum Beispiel Gold, der deutsche DAX und so weiter. Also hier kommen erstmal diverse Märkte. Und dann startet es hier unten mit diversen Aktien. Bis zum Bund. US-Dollar, hungarischer Vorrend, der Bund, das sind so die letzten Märkte. Und dann fangen hier Aktien an. Hier hat man als kleiner Tipp erstmal die Möglichkeit, da ich hier sehr, sehr viele Märkte offen habe. Und der letzte Markt, den ich hier aktuell in meiner Chartdarstellung hier unten offen habe, das sieht man jetzt nicht, ist der Bund. Um mir nur meine offenen Märkte anzuzeigen, klickt man hier in diesem Feld, rechte Maustaste, auf alle verbergen. Und dann schiebt sich das so ein bisschen zusammen. Alles, was nicht offen ist an verfügbaren Märkten, verschwindet hier. Und ich habe jetzt hier links einfach nur in der Marktübersicht alle meinen offenen Märkte. Man könnte hier relativ schnell sehen, wo befindet sich der Markt aktuell und kann jetzt hier im Endeffekt auch neue Chartfenster öffnen. Um jetzt wieder auf die Gesamtdarstellung zu kommen, alle Märkte, die im Prinzip verfügbar sind, klickt man wieder irgendwo hier rein. Rechte Maustaste, alle anzeigen und dann wird hier die Liste der verfügbaren Märkte, der verfügbaren Aktien wieder sehr, sehr lang. Und man scrollt jetzt hier einfach nach unten und jetzt kommen hier diverse Aktien, erstmal ziemlich viele, ziemlich viele Aktien. Und dann kommen am Ende unten nochmal diverse Märkte, die ja noch als Indizes, nochmal diverse Währungen und nochmal ganz weit unten dann auch CFD of Futures. Von Kakao, von Kaffee, von Baumwolle, Zucker, Gas und so weiter. Also hier gibt es wirklich diverse Möglichkeiten, alles Mögliche zu handeln und vor allem für alles Mögliche sich dann im Endeffekt Chartfenster zu öffnen. Wir scrollen wieder ganz nach oben, wählen jetzt mal ganz standardmäßig hier erneut den Euro-US-Dollar. Klicken hier einfach mit der Maus über diesen Euro-US-Dollar, rechte Maustaste, neues Chartfenster. Und jetzt öffnet sich, wie eingangs im Prinzip begonnen, ein neues Chartfenster. Wieder mit der Stochastik, wieder mit den zwei Moving Averages, wieder in der Darstellung blau-schwarz. Wieder in dem 1-Minuten-Chart. Wir switchen mal auf den 5-Minuten-Chart und ziehen uns das so ein bisschen rüber. Und dann sehen wir, dass das im Endeffekt hier die gleiche Chartdarstellung ist. Und jetzt ist es ganz einfach. Wir klicken die rechte Maustaste, gehen auf Vorlagen, gehen dann auf JFD-Test-Layout. Das ist ja das, diese Vorlage, die wir eben gerade festgelegt haben. Klicken darauf und schwuppdiwupp hat man die Grundeinstellung, wie man sie eben für sich festgelegt hat. Und so kann man hier eben Markt für Markt, den man eben haben möchte, den man sehen möchte, Markt für Markt sich öffnen als neuen Chart. Hier ist noch wichtig zu beachten, wenn man einen neuen Chart öffnet. Wir gehen dann nochmal hier auf den ersten Markt, der hier dargestellt wird. Das ist der Euro-US-Dollar, mit dem wir eben gerade die ganze Zeit gearbeitet haben. Das ist ein Markt, der war schon hier drin. Um hier unten Märkte rauszubekommen, können wir gerade mal eben machen. Klickt man dann einfach diesen Markt anklicken, dann hier oben auf dieses kleine Kreuz. Bitte nicht auf das große oben, weil dann schließt man den kompletten Meta-Trader auf dieses kleine Kreuz. Zack. Und dann ist dieser Markt raus. Dann sehen wir, dass hier der Euro-US-Dollar verschwindet. Und der erste Markt, der unten dargestellt ist, zwar auch der Euro-US-Dollar, ist aber mit einer anderen Grundeinstellung. Und immer wenn man sich einen neuen Chart öffnet, dann ist das hier unten in dieser Tasksleiste quasi ganz, ganz rechts. Und da ich so sehr, sehr viele Märkte hier offen habe, muss ich jetzt ziemlich lange klicken, um hier diesen letzten, eben gerade geöffneten Euro-US-Dollar zu finden. Er ist immer ganz rechts. Wenn man natürlich anfänglich hier nur vier, fünf Märkte unten drin hat, sieht man das natürlich, dass sich dieses neue Chartfenster öffnet. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier nochmal den DAX öffnen würde, rechte Maustaste, neues Chartfenster, schwupps, ist hier ganz rechts als letzter Markt dann der DAX zu sehen. Und dann könnte man hier wieder auf Vorlagen gehen. Ich habe hier zum Beispiel noch so Mega Cool Blue, nennt sich das. Das ist eine Chartdarstellung in einem blauen Hintergrund mit grünen Kerzen als aufwärts, rote Kerzen als abwärts. Und das hier der DAX eben, der aktuell ist. Und hier im Prinzip nutze ich das zum Beispiel, wenn ich in dunkleren Räumen bin, wenn es eben auch abends ist und ich nicht permanent diesen weißen Hintergrund haben möchte, habe ich mir hier eben nochmal ein Chart-Setup festgelegt, was eben grundsätzlich etwas dunkler angelegt ist, aber vom Grundlayout ähnlich. Grün nach oben, rot nach unten und so weiter. Das sind erstmal die Grundeinstellungen. Abschließend möchte ich dir noch eine Sache zeigen. Wenn du dir die Mühe gemacht hast und alles Mögliche hier an Charts dir festgelegt hast, die Hintergründe festgelegt hast, die Vorlagen, die ausgearbeitet hast, vielleicht dann auch schon angefangen hast, hier entsprechend Widerstände und Unterstützungen in die Märkte reinzubringen, was mir zum Beispiel letztens passiert ist. Ich habe mir wunderbar dann hier eben Grundlegen, zum Beispiel kann man eben neben den Grundeinstellungen natürlich dann hier noch Widerstände und Unterstützungen reinzeichnen. Dafür oben einfach auf diesen Strich klicken, dann eben mit der Maus entsprechend dorthin gehen, wo man dann hier eine Linie zum Beispiel haben möchte. Und dann kann man sicher hier anfangen, das zeigen machen wir in dem nächsten Video, will ich zeigen, wie man dann noch so diverse Dinge wie Widerstände, Unterstützungen, Formen und so weiter hier in den Chart einfügt. Und hier ist es dann grundlegend so, dass ich natürlich mir sehr, sehr viel Arbeit mache, um dieses alles festzulegen. Und ich habe letztens aus Versehen einen Markt geschlossen, habe dann auch aus Versehen den Markt dem Metaträder geschlossen, sprich ich konnte diesen Chart nicht wiederherstellen, was natürlich sehr, sehr ärgerlich war, weil ich mir sehr, sehr viel Mühe gemacht habe, einen Markt so zu analysieren mit Widerständen und Unterstützungen. Und da gibt es noch einen Punkt abschließend zu zeigen, Datei und dann kann man hier Profile speichern. Also einfach auf Datei gehen, dann öffnet sich hier so ein Feld, dann geht man auf Profile und speichern als. Und dann kann man sich dieses Profil, wie auch immer man sich das jetzt hier eingestellt hat, in voller Gänze speichern. Man geht dann auf Profil, gibt ebenfalls ähnlich wie bei den Vorlagen diesem Kind einen Namen. Und dann hat man im Endeffekt, man kann das jetzt hier auch mal machen, ich nenne das jetzt erst mal Markus und klicke hier auf OK. Jetzt nennt sich das Profil hier eben Markus und jetzt kann man zum Beispiel auch andere Profile sich öffnen, zum Beispiel das Profil British Pound, wo dann hier unten nur ein Markt, glaube ich, zu sehen ist. Das ist der britische Fund in dreifacher Variante und man sieht hier eben diese entsprechenden drei Charts, die hier offen sind. Und das ist das Profil British Pound, was ich jetzt nicht nutze, was hier auch in den Grundeinstellungen drin ist. Aber egal, was man jetzt hier getan hat, man könnte jetzt eben wieder auf Datei gehen, auf Profil gehen, auf Markus gehen. Das ist das Profil, was wir ja gerade festgelegt haben und schwuppdiwupp kommt dann grundsätzlich das Profil, was wir eben schon hatten und ja eben als Markus gespeichert haben und mit allen Einstellungen, mit allen Widerständen und Unterstützung und was man grundsätzlich alles noch braucht. Ich wünsche euch Good Trails und Mega Training. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Im nächsten Video möchte ich euch nochmal ein paar Zusatzfunktionen hier des Metatraders zeigen und im übernächsten Video dann, wie man dann nun endlich den ersten Trade festlegt. In diesem Sinne, ich wünsche euch Good Trails und Mega Training. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao!